Was sind die verschiedenen Ursachen einer juckenden allergischen Reaktion? Wenn schädliche Bakterien oder Viren den Körper angreifen, reagiert das Immunsystem und sendet Immunzellen, um den Eindringling zu bekämpfen. Eine allergische Reaktion tritt auf, wenn das Immunsystem normalerweise harmlose Substanzen, sogenannte Allergene, überreagiert und bekämpft. Fast alles kann zu einer juckenden allergischen Reaktion führen, einschließlich Pollen, Nahrung, Medizin und Metall. Eine juckende allergische Reaktion kann jederzeit auftreten. Saisonale Allergien werden in der Regel durch die Zunahme von Pollen in den Frühlings- und Herbstmonaten verursacht. Pollen können von Locken, Gras oder Unkraut stammen. Allergiker können aufgrund des Pollen in der Luft juckende Nasen und Augen sowie Husten und Niesen erleben. Für manche Menschen sind ganzjährige Allergien möglich. Bei diesen allergischen Reaktionen handelt es sich in der Regel um Allergene, mit denen meine Person regelmäßig oder täglich in Kontakt kommt. Tierhaare, Haushaltsstaub und Schimmel können meine juckende allergische Reaktion in Augen und Nase hervorrufen. Die Haut kann auch von einer juckenden allergischen Reaktion betroffen sein. Giftefoi kann einen Ausschlag mit Blasen verursachen, die jucken können. Abhängig vom Schweregrad der Allergie kann der Ausschlag lokalisiert oder über den Körper verteilt sein. Bestimmte Nahrungsmittelallergien können auch dazu führen, dass sich Flecken juckender, roter Striemen, sogenannte Nesselsucht über den Körper ausbreiten. Die Verhinderung einer allergischen Reaktion kann schwierig sein, insbesondere wenn die Allergie durch ein allgemeines Allergien wie Haushaltsstaub verursacht wird. Wann immer möglich, sollte der Auslöser vermieden werden. Auslöser sind das Antigen, das normalerweise eine allergische Reaktion auslöst. Menschen, die an einer Nahrungsmittelallergie leiden, sollten die Nahrungsmittel vermeiden, die zu einer allergischen Reaktion führen, indem sie sich der Zutaten in Rezepten bewusst sind, und Personen, die an Grasallergien leiden, sollten bei hohem Pollenanteil im Haus bleiben, um die allergische Reaktion auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn ein Auslöser unvermeidbar ist, können rezeptfreie Allergie-Medikamente bei juckenden allergischen Reaktionen helfen. Es gibt verschiedene Formeln für verschiedene Allergiesymptome. Bei schweren Allergien müssen die Patienten möglicherweise Corticosteroide oder wöchentliche Allergiespritzen einnehmen. Bei einigen Menschen kann es zu einer Anaphylaxie kommen, bei der es sich um eine schwere allergische Reaktion auf Allergiene handelt. Erdnuss- und Bienenstechallergien sind häufige schwere Allergien. Manchmal können Menschen mit anaphylaktischen Allergien aufhören zu atmen, wenn sie mit dem Allergen in Kontakt kommen. Möglicherweise ist sofort ein Adrenalinstoß erforderlich, um das Leben der Person zu retten. Patienten, die an schweren Allergien leiden, können einen speziellen Epineprin-Pen verschreiben, so dass sie das Medikament überall hin mitnehmen können. Ein Allergiespezialist kann die Dinge ermitteln, auf die eine Person allergisch ist, indem der einen Hauttest durchführt, bei dem eine kleine Menge verschiedener Arten von Allergien in die Haut eines Patienten inviziert wird. Es gibt Tests für die meisten Allergene, einschließlich möglicher Allergien gegen Latex und Metall. Wenn der Patient allergisch gegen das Allergen ist, kann der Patient eine juckende allergische Reaktion haben, die dazu führt, dass sich eine rote Haut auf der Haut erhebt.